Hallo, ein letztes Mal bei Videoaktiv. Wir sind bei Adobe im Presseraum. Eigentlich haben wir ein großes Thema. Das große Thema hier auf der Messe heißt irgendwie jetzt, zumindest von Kennen getrieben, neue Formate. Die XF705 hat ein H2.65 Codec. Ist ja eigentlich eher ein Distributionsformat. Man sagt aber, alle Videoschnitthersteller werden das integrieren. Wie sieht denn das dann aus? Hach, H2.65 und Distribution, wenn das so wäre. Wir haben das, glaube ich, gesehen bei H2.64, dass im Prinzip da genau das Gleiche stattgefunden hat. Das wurde benutzt in dem Moment, in dem eine Möglichkeit war zu sagen, da ist eine vernünftige Kompression da, es ist ein Standard, das heißt, es gibt vermutlich eine gute Verbreitung dafür. Vor allen Dingen gibt es eine Instant-Möglichkeit, um es irgendwo hinzutun und Playback zu kriegen. Wenn du was aufnimmst, was gleichzeitig auch Distribution sein kann, da ist ja erstmal was ganz Charmantes dran. Ob man es schneiden kann, hängt ja von einer ganzen Menge Faktoren ab. Es ist nicht nur die Frage, ob du es formal aufbekommst. Da kommt ja die Performance-Frage direkt hinterher. Und die Kompression steht ja dann zunächst mal nicht zwingend im Weg, je nachdem, was ich machen will. Aber wie viel Farbkorrektur kriege ich da noch drauf, ist ja immer eine gute Frage. Was kann ich generell mit der Bildqualität tun und wie schnittfreundlich ist es generell? Um deine konkrete Frage mit der XF zu beantworten, das kann ich dir etwas genereller beantworten. Ich kann dir leider nicht sagen, wann genau wir welches Format machen, aber dass wir uns generell darum bemühen, gerade mit Partnern, mit denen wir schon so lange arbeiten wie kennen, die Formate schnellstmöglichen Produkte zu unterstützen. Das versteht sich von selbst und das ist jetzt kein H.265-spezifisches Thema. Das ist ein ganz generelles Statement. Das gilt auch für andere neue Formate, über die wir hier jetzt auf der Messe reden. Jetzt ist es ja aber so, dass H.265 in jedem Fall mal stärker komprimiert und entsprechend natürlich beim Dekomprimieren mehr Prozessorlast braucht. Das ist jetzt per se nicht gerade eine Stärke von Adobe Premiere, dass es irgendwie da besonders flott läuft, sondern eigentlich nach meiner Beobachtung, ich arbeite ja sehr regelmäßig damit, so in den letzten zwei Jahren eigentlich eher so mit gebremstem Schaum, sage ich mal. Da brauche ich eigentlich dann ein Format, das die Schwierigkeit weiter erhöht, eher nicht. Ja, aber dann wäre es an uns, die Schwierigkeit zu verringern. Machen wir auch. Die Version, die wir hier jetzt auf der Messe zeigen, hat eine erweiterte Plattform, was H.265 und H.264, das ist eine Erweiterung im selben Spektrum, wenn du so willst, was Hardware-Beschleunigung angeht. Es sind jetzt mehr Typen von Prozessoren, die hier mit angesprochen werden und wir drehen auch immer noch an der Schraube, Performance zu kriegen. Was meine ich damit? Performance über Hardware heißt bei Premiere inzwischen zweierlei und da ist ganz gut, wenn wir mal darüber sprechen, was der Unterschied ist. Das ist Hardware-Beschleunigung, zum Beispiel die Grafikkarte, gibt es ja jetzt seit vielen Jahren. Das war auch irgendwie ein Markenzeichen für Premiere über lange Zeit. Da reden wir aber über das Image-Processing. Da reden wir über das, was passiert, sobald du im Schnitt bist. Das hat in der Regel gar nichts damit zu tun, was mit den Formaten passiert. Bei H.264, H.265 gibt es jetzt eine ganz, nennen wir es mal glückliche Fügung, ist das nicht lyrisch? Das eben drum, weil es ein Distributionsformat ist, da kommt wieder etwas Vorteilhaftes dazu, dass es Hardware zum Beispiel über die Intel QuickSync-Plattform gibt, die sich eigentlich mit Streaming-Inhalten beschäftigt, aber für uns nutzbar wird für das Playback. Das heißt, dass wir da mit Intel zusammenarbeiten an der Stelle und sagen, naja, das wollen wir jetzt aber auch im Schnitt nutzbar machen. Ist das zwingend eine gute Erfahrung im Schnitt? Das ist momentan noch sehr unterschiedlich. Wir versuchen das mehr zu vereinheitlichen. Das gilt sowohl, was die Hardware-Typen angeht, als auch macOS versus Windows. Ich weiß, dass du auf Windows bist. Da sind wir momentan ein bisschen hinterher, vorsichtig gesagt. Auf dem Mac haben wir dieses Jahr schlicht und ergreifend da sehr viel mehr Zugang gehabt, um zu sagen, da drehen wir an der Schraube. Aber wir arbeiten mit allen Partnern an allen Stellen, um zu gucken, dass das insbesondere, weil, wie du ganz richtig gesagt hast, H.265 ein ziemlich dicker Brocken jetzt erst mal ist, dass das Flüssige wird auch, kann man ja jetzt nicht übersehen an der Stelle, weil es eben in der Regel nicht mehr HD ist. Wir reden ja von 4K aufwärts. Ich hatte gerade einen Smartphone-Test, hatte drei unterschiedliche Smartphones, natürlich alle mit H.265, alle drei irgendwie reinladen ins Schnittprogramm und genau irgendwie, naja, sagen wir mal, drei Sekunden arbeiten dürfen, danach abschmieren und das war's. Ist eigentlich nicht so das Ziel, was man hat, so wenn man was schneiden will. Woher kommt es, dass das überhaupt nicht funktioniert? Wenn es nicht funktioniert, dann liegt es in der Regel daran, dass es nicht ein H.265 gibt. Das ist übrigens auch genau das Thema, warum ein Hersteller wie Canon vorsichtig ist mit der Aussage, es ist unterstützt oder es wird unterstützt. Wir wollen da offiziell sagen, so jetzt kannst du aus dieser Kamera, auch wenn es H.265 ist, das klingt wie eine Sache, ist es aber nicht, kleines Beispiel. Es könnte 4208-Bit sein. Es könnte aber auch 4222-10-Bit sein und es könnte noch eine Menge mehr sein. H.265 hat unterm Deckel, das ist leider so wie mit den meisten Formaten, wenn dir jemand sagt, ich gebe dir ein MXF, was kriegst du dann? Das heißt, wenn jemand sagt, ich kann MXF lesen, heißt das erstmal nicht besonders viel in Bezug auf ein bestimmtes Format, das innerhalb diesem Container drinsteckt. Stell dir H.265 erstmal eher so vor, im Wesentlichen auch wie ein Container. Es hat einen Kompressionsstandard und es hat Dinge, die da reingehen können, die spezifiziert sind, aber es ist eine ziemliche Liste. Und in der Regel, wenn du eine schlechte Erfahrung hast, dann hat es was mit dem unglücklichen Umstand zu tun, dass wir zwar generell dieses Format öffnen können, aber es kann sein, dass ein Typ drinsteckt, der zum Beispiel im GOP-Format, der zum Beispiel in der Tat in der Bit-Tiefe oder in der Metadatenstruktur was hat, womit wir noch nicht zurechtkommen. Gut, das war jetzt das eine. Jetzt machen wir noch einen ganz kurzen Ausflug. Wir haben ein Thema so rausgegriffen, weil wir jetzt gerade so über den Ton auch noch gesprochen hatten. Wir haben ja das Thema, Töne sind nicht immer so ganz ideal. Es passiert jedem Profi, dass es mal nicht so passt. War bisher die Hilfe durch eure Tools nicht so toll? Genau da gibt es eine Neuigkeit. Da gibt es in der Tat was sehr Schönes. Ich würde nicht sagen, es war nicht so toll, aber es hat eine klare Lücke an einer Stelle, eigentlich an zweien. Eine Sache, die es nicht gibt oder noch nicht gibt und die andere Sache, wo zumindest bei nicht genügend Futter ums aufgenommene Format herum die Noise Reduction nicht wirklich das geleistet hat, was du brauchst, um zu sagen, ich muss nicht nachbessern. Darum geht es eigentlich im Schnittkontext mehr und mehr, dass du sagst, ich kann mich auf das Tool so weit verlassen, dass ich danach keine Experten brauche oder ich nicht zum Experten werden muss. Reduce Noise ist ein Thema, das nicht neu ist im Essential Sound Panel, aber wir haben ein Drop-In Replacement, schöner Begriff, für das, was da war, gemacht. Das heißt, wir haben jetzt was, was deutlich hochqualitativer arbeitet, was ein Real-Time Adaptive Algorithmus ist und den Job schlicht und ergreifend lege ich mehr oder weniger davon, aber ansonsten muss ich um nichts kümmern und das ist kombiniert mit einem zweiten Tool, das es noch gar nicht gab, nämlich die Reverb. Und das ist in dem Raum hier wahrscheinlich ein ganz reales Ding, hinter uns so eine glatte Fläche, Monitor und Wände, die jetzt auch nicht gerade für Aufnahme gemacht sind, kannst du ja gleich damit experimentieren, wenn du Zugriff drauf kriegst. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, wir ziehen Reverb raus. Das muss man mit gewisser Vorsicht genießen, wie all solche Sachen. Das ist keine Hexerei, das heißt, es wird Limits haben mit dem, was es tun kann, aber es macht den Unterschied zwischen, die Aufnahme war okay und wird dadurch gut oder die Aufnahme war unbrauchbar und ich bekomme sie überhaupt brauchbar. Du kriegst einfach einen Schritt in die richtige Richtung. Ja, und ich glaube, wir haben eigentlich einen ganz guten Ton jetzt gehabt. Ich freue mich, wenn ihr bei uns das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Videoaktiv und braucht wie immer einen Daumen hoch zu diesem Video. Bis denn, tschüss.